Diesmal geht's um Licht in der Werkstatt. Hallo und herzlich willkommen bei DICTUM. Wer genau arbeiten möchte, muss sehen und erkennen können, was er tut. Und dazu gehört einmal die eigenen Sehfähigkeiten, die man gegebenenfalls durch eine Brille verbessert und eben auch das passende Licht am Arbeitsplatz. Im professionellen Bereich gibt es dazu genaue Vorschriften. Die sogenannten technischen Regeln für Arbeitsstätten und Verkehrswege geben genau vor, wie hell es an einem Arbeitsplatz ist und welche Lichtverhältnisse beziehungsweise Lichtgenauigkeit, Farbgenauigkeit dort vorherrschen soll. Da gibt es auch Kategorien. Je nach Arbeitsplatz gibt es da unterschiedliche Vorgaben. Im Holzbereich ist es zum Beispiel so, dass man am Sägegatter, wo recht grob gearbeitet wird, zum Beispiel eine Helligkeit von ungefähr 50 Lux oder 200 Lux haben soll. Und an der Hobelbank sollten es ungefähr 300 Lux sein, damit man genug erkennt. Dann je feiner die arbeiten werden, zum Beispiel im Maschinenraum, wo es noch ein bisschen genauer zugeht, da braucht man dann 500 Lux an der Arbeitsfläche. Und wenn es jetzt in die Endbearbeitung geht, in die Oberflächenbearbeitung oder in die Furnierbearbeitung, also Furnierauswahl, Intasien und so weiter, da sind dann schon eben 750 Lux vorgeschrieben. Also je genauer die Arbeit ist, die man vornimmt oder je feiner die Arbeit ist, umso heller soll es an einem Arbeitsplatz sein. So für feinmechanische Arbeiten oder Qualitätskontrolle zum Beispiel geht es dann bis an die 1000 Lux ran. Im Hobbybereich gibt es solche Vorschriften natürlich nicht. Da kann jeder das Licht sich einrichten, wie er möchte. Ideal ist natürlich eine Werkstatt mit Tageslicht und zusätzlicher elektrischer Beleuchtung oder man hilft eben entsprechend nach. Viele haben ja ihre Werkstätten im Kellerraum oder in der Garage und da kann man dann eben mit künstlichen Lichtquellen entsprechend nachhelfen. Wie kann man denn überhaupt feststellen, dass das hell genug ist am Arbeitsplatz? Klar, man merkt das, man sieht natürlich dann irgendwann, reicht mir das aus und so weiter. Wie kann man das feststellen, ob es jetzt zum Beispiel hier an der Hobelbank hell genug ist? Da bräuchte man eigentlich ein Belichtungsmesser. Bei den Belichtungsmessern für Fotoapparaten, da kriegt man immer irgendwelche Werte raus, welche Blenden und so weiter. Das hilft einem nicht viel weiter. Aber es gibt mittlerweile auch Apps für die Lux-Messung, also die Lichtstärke oder die Helligkeit am Arbeitsplatz wird in Lux gemessen. Und die habe ich jetzt mal hier vorbereitet, diese App. Und damit kann ich dann zum Beispiel, man legt sich ein weißes Blatt Papier auf die Arbeitsfläche und dann kann ich messen, wie hell es hier ist. Also wir sind hier deutlich zu hell. Das Flackern kommt jetzt durch die LED-Beleuchtung. Das hat das Handy so ein bisschen Probleme mit. Und man sieht, dass wir hier also in einem optimalen, teilweise etwas zu hellen Licht schon sind, eben durch die Video-Leuchten, die wir hier haben. Ja, also mit so einer App kann man das messen. In der Hobby-Wertstraße, wie gesagt, wäre es ideal, wenn man eben einen Platz, einen Arbeitsplatz, eine Hobelbank zum Beispiel vorne im Fenster hat, wo ausreichend Tageslicht reinkommt oder man entsprechend dann eben mit künstlichem Licht nachhilft. Zur Helligkeit am Arbeitsplatz gehört auch, dass man einen störenden Schattenwurf vermeidet. Es gibt nichts lästigeres, als wenn man jetzt irgendwo zum Beispiel eine Schreibtischlampe oder irgendeine Leuchte eben hat, die zwar dann den Arbeitsplatz ausleuchtet, aber wenn man dann am Arbeiten ist, macht man sich selbst Schatten und erkennt dann trotz des Lichtes, das man sich eingerichtet hat, nicht genau, wo man arbeitet oder wie man arbeitet, wo man sägt oder stemmt und so weiter. Dank der LED-Technik, die ja mittlerweile doch sehr weit fortgeschritten ist, gibt es unterschiedliche Leuchtmittel in verschiedenen Formen. Also die standardmäßig in dieser Glühlampenform, Leuchtstoffröhren mit LEDs oder auch eben diese flachen Panels, LED-Panels und mit dieser Technik kann man eigentlich in jeder Werkstatt auch bei niedrigen Decken ein gutes Licht erzeugen. Dazu ein kleiner Tipp beziehungsweise ein kleines Experiment. Wenn man jetzt solche Leuchtstoffröhren hat, ich habe hier noch ein paar alte in meinem Keller gefunden und wenn man die zum Beispiel in der linearen Form anordnet über dem Arbeitsplatz, dann werfen diese viel mehr Schatten, als wenn man die anders anordnet. Und das möchte ich euch eben mal kurz zeigen. Dazu lösche ich das eine, ein Teil der Lichtquellen hier, mache es ein bisschen dunkler und mache diese beiden Lampen an. Ja, sind noch alte Leuchtstoffröhren und wenn ich jetzt, wie gesagt, hingehe und diese hier so anordnen, dann seht ihr, ich tue die mal hier so ein bisschen beiseite, wenn hier eine Leuchtstoffröhre über dem Arbeitsplatz hier über diesem Streichmaß ist, dann seht ihr, dass hier rechts und links eben ein entsprechender Schattenwurf entsteht, der stören könnte. Das ändert auch nicht, wenn ich das eben hier drehe. Wenn ich jetzt eine zweite Röhre dazu nehme, dann wird das auch nicht besser, wenn ich die einfach nur als Verlängerung nehme. Wenn ich aber hingehe und diese Röhren zum Beispiel über Kreuz anordne, ja, dann seht ihr direkt, wird der Arbeitsplatz wesentlich besser ausgeleuchtet oder über das Tee ausgeleuchtet oder eben im Zickzack. Also Zickzack ist fast das beste Ergebnis, wenn ich die so eben über meinem Arbeitsplatz in einem Zickzack anordne, dann kann ich auch den Schattenwurf entsprechend minimieren. Also wenn ihr noch irgendwelche Leuchtstoffröhren habt, die lassen sich ja auch relativ einfach auf LED-Technik umrüsten, dann diese eben nicht einfach in linearer Form über dem Arbeitsplatz hängen oder in zwei Strengen oder sowas, sondern am besten Zickzack, ich mache mal das Licht wieder an, in Zickzack oder über Kreuz aufhängen und so lässt sich eben störender Schattenwurf optimal vermeiden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt beim Auswahl des richtigen Lichts oder der richtigen Beleuchtung in der Werkstatt ist die Lichtfarbe. Die Lichtfarbe wird in Kelvin oder in Farbtemperatur angegeben, Lichttemperatur angegeben, wird in Kelvin gemessen und das ist ein natürlicher Vorgang. Man spricht zum Beispiel im Tagesverlauf ändert sich auch die Farbtemperatur des Tageslichtes. Morgens hat man beim Sonnenaufgang vielleicht so 3000 Kelvin, also so ein schönes warmes rötliches Licht. Dann gegen Mittag geht das eben hoch so auf 5000 Kelvin, so mit Mittagssonne, also ungefähr 5500 Kelvin. Am hellsten ist es so am Nachmittag oder am weißesten, sagen wir mal so, ist am Nachmittag bei einem leicht bedeckten Himmel so, haben wir ein neutrales Licht oder schon ein kaltes Licht von bis zu 10.000, 11.000 Kelvin und abends wird es dann wieder wärmer, wenn die Sonne untergeht, dann kommen wieder die wärmeren Farben dazu. Der Mond hat zum Beispiel eine Lichttemperatur von 4100 Kelvin. Das irritiert ein bisschen, hat jetzt wirklich nicht unbedingt was mit der Temperatur der Umgebung oder so weiter zu tun, sondern das ist einfach, weil die Farbe mit Kelvin angegeben wird, eben eine Einheit für die Temperatur. Dank der LED-Technik sind wir in der Lage, diese Lichtfarbe genau zu wählen oder zu bestimmen. Ihr kennt das, wenn ihr zum Beispiel eine Leuchtstoffröhre kauft oder eine LED-Lampe kauft, dann steht da oftmals drauf warmweiß, neutralweiß, kaltweiß und das kann man jetzt zum Beispiel hier in der Werkstatt wunderbar simulieren, weil unsere Videoleuchten, die lassen sich von einem relativ warmen Licht bei 3000 Kelvin starten und lassen sich hochdrehen bis 5600 Kelvin zu einem kalten Licht, also ein warmes Licht von 3000 Kelvin. Dann gehen wir hoch auf ja mal ein neutrales Weiß oder ein Tageslichtweiß, so um die 4500-5000 Kelvin und dann eben hoch zu einem ganz hellen oder weißen Licht, also das geht in Richtung Normlicht, eben 5600 Kelvin, ist dann schon ein kaltes Licht. Welche Lichtfarbe sollte man denn dann überhaupt wählen in der Werkstatt? Wir haben es jetzt gesehen, diese warmen und kalten Farben, also von 3000 bis 5600. Ihr merkt das selbst am Morgen und am Abend sind von der Natur aus eher warme Farben, warme Lichtfarben vorgegeben. Entsprechend entspannt sich unser Körper bei diesen Lichtfarben und bei kälteren Farben ebenso neutrale bis kalte Lichtfarben, da das aktiviert unseren Körper. Also sollte man in der Werkstatt auch, damit man sich besser konzentrieren kann, eben eher kalte Lichter wählen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel im Studio ungefähr 4000 Kelvin gewählt. Das ist ein bisschen warm, damit es ein bisschen harmonischer wird, aber noch nicht zu warm, dass man das zu sehr entspannt. Auch das sollte man eben in der Werkstatt machen. Im professionellen Bereich, im Druckbereich zum Beispiel, wo es sehr genau auf Farbigkeiten ankommt, arbeitet man mit Normlichtern und Normlichter liegen von ihrer Farbtemperatur bei ungefähr 5500 bis 6500 Kelvin, also eher im kalten Bereich. Und genau das sollte man eben auch in der Werkstatt berücksichtigen, wenn man mit Farben arbeitet, zum Beispiel Hölzer beizt und angleicht und so weiter, dass man da auch ein neutrales Licht, ein eher kaltes Licht wählt, damit man dann nicht überrascht wird, wenn man zum Beispiel jetzt ein Möbelstück angeglichen hat im Farbton durch Beizen und es dann nach oben in die Wohnung trägt und ins Wohnzimmer stellt und dann bei Tageslicht der Farbton ganz anders wirkt. Also auch deswegen eben aus zwei Gründen die richtige Farbtemperatur wählen. Also unsere Empfehlung eben 4000 bis 5500 Kelvin, also neutral weiß wählen und dann bleibt man einerseits aktiv und man kann sicher sein, dass die Farbigkeiten der Möbel, die man baut, auch nachher noch in anderen Umgebungen gut passen. Wie gesagt, wenn es um Präzision geht, um Genauigkeit geht, braucht man sehr viel Licht, um es erkennen zu können. Sehr viel Licht kann aber auch recht schnell störend wirken, vor allen Dingen, wenn man dadurch geblendet wird, wenn das Licht einem permanent in die Augen scheint, dann wirkt das sehr anstrengend und ermüdet einen auch sehr stark. Deswegen ist es ratsam, wenn man jetzt zum Beispiel sehr feine Arbeiten, sehr präzise Arbeiten macht, das Licht wirklich nur dorthin zu bringen, wo man es auch wirklich braucht, eben auf der Arbeitsfläche und genau im Arbeitsbereich. Ich habe mal zwei Beispiele für Arbeitsleuchten mitgebracht hier. Einmal einen Schwanenhals und eine Leuchtlupe. Schauen wir uns zuerst mal den Schwanenhals an. Der Schwanenhals, der hat hier einen Magnetfuß, den kann ich aktivieren und entsprechend auf jeder Maschinentisch, auf jedem Maschine montieren mit Metall, also Eisenmetallen, die sich eben magnetisieren lassen, kann ich die fest montieren und durch den Schwanenhals kann ich mir die Lampe genau dorthin ausrichten, wo ich es eben haben möchte, den Schein, das Lichtschein genau dahin bringen, wo ich es haben möchte. Und solche Schwanenhalsleuchten werden zum Beispiel gerne genutzt, wenn Drechsler sehr dünnwandige Grünholzschalen austrecken, also aus frischem Holz und wo es dann in den Bereich von Millimeter starken Wandungen geht, dann wird mit Licht gearbeitet und diese Schwanenhalsleuchte kann ich mir eben durch diesen Schwanenhals entsprechend genau dort hin leuchten lassen, wo ich es gerade brauche und durch den Lichtschein sehe ich dann, wo es dünn wird, mein Holz oder wo es noch dicker ist und kann dann wirklich entsprechend da noch ein bisschen eben mich durch den Lichtschein, an dem Lichtschein orientieren und sehr dünnwandige Schalen austrechseln. Diese Lampen funktionieren aber auch zum Beispiel hervorragend an der Bandsäge, dass ich eben dann dort da den Schnittbereich an der Bandsäge ausleuchte oder an jeder anderen Maschine, wo es eben auf Präzision ankommt, an einer Dekopiersäge und so weiter kann ich diesem Schwanenhalsleuchte genau eben so einstellen, dass ich nur das Licht da habe, wo ich arbeite und meine normale Umgebungsbeleuchtung eben nicht so anstrengend wirkt. Das andere, was wir hier haben, das ist eine LED-Präzisionsoptik. Wie der Name sagt, es hat eine eingebaute Lupe und eine LED hier und diese Leuchtlupe, sag ich mal, im Allgemeinen wird es Leuchtlupe genannt, die nutzen wir immer, wenn es darum geht, dass man noch mehr erkennen kann. Also wenn es wirklich um Details geht, zum Beispiel beim Sägenschärfen, wenn man dort sehr feine, ja zum Beispiel eine Feinschnittsäge, eine Querholzsäge nachfeilen möchte, dann braucht man einmal ein gutes Licht am Arbeitsplatz, damit man die Zahnspitzen erkennt, ob die noch glänzen oder ob die schon ausgearbeitet sind. Und durch die Optik eben, durch diese dreifache Vergrößerung, die diese Leuchtlupe hier bietet, erkennt man ganz genau die Details. Also wenn man hier schaut, man erkennt hier jeden Millimeter Abstand und bei so einer Säge, da haben die Sägezähne ja vielleicht zwei Millimeter Abstand oder weniger und dann hilft mir so eine Leuchtlupe zum Beispiel weiter. Auch bei, ja, bei Intasienarbeiten, bei Restaurierungsarbeiten, die Uhrmacher und so weiter. Wenn ich Messer baue, wo es um Klappmesser und Mechaniken geht und so weiter, dann ist so eine Leuchtlupe wirklich sehr praktisch, weil ich habe, ja, ich muss nicht irgendwie eine Lupe halten, sondern ich habe hier die freie Sicht. Ich habe das gut ausgeleuchtet hier unten, also schattenfrei kann man fast sagen, ausgeleuchtet und kann hier dann eben entsprechend sicher oder präzise arbeiten. Und die Leuchtlupe, die Lupe an sich wird eben abgedeckt durch die Klappe hier, dass wenn mal Sonnenlicht drauf scheint, das nicht irgendwie aus Versehen durch den, ja, durch den Brennglaseffekt hier irgendwie ein Brand entsteht und so weiter. Also zwei Möglichkeiten wirklich Licht an den Punkt, an den Arbeitsplatz, in den Arbeitsbereich zu bringen. Es gibt auch immer wieder Situationen, in denen man Licht irgendwo hinbringen muss, wo man nicht mit großen Leuchten arbeiten kann. Zum Beispiel bei der Inspektion von Maschinen, beim Untersuchen oder Inspezieren von Musikinstrumenten, wo man Hohlräume anschauen muss oder wenn man unterwegs ist und dort was reparieren muss und so weiter. Und dafür braucht man dann eine Lichtquelle, die man mitnehmen kann. Und da hilft einem oftmals schon eine einfache Taschenlampe. Ich habe hier mal zwei besondere Taschenlampen mitgebracht und zwar diese hier. Die ist so klein, dass man sie quasi als Schlüsselanhänger nutzen kann. Da ist auch ein Schlüsselring mit dabei und die ist trotzdem sehr hell. Ihr habt sie in der Eingangssequenz gesehen. Ich kann die Leuchtstärke hier entsprechend verändern bei der Lampe und sie hat noch ein paar zusätzliche Features wie hier so ein Blinklicht, das ich aktivieren kann, ein UV-Licht, ein Leuchtlicht und so weiter. Und wie gesagt, die ist so klein, dass man damit wirklich ja sehr gut die überall hin mitnehmen kann. Und sie hat noch ein kleines extra. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will dieses Blinklicht hier haben, ich kann die mit ihrem Magneten irgendwo aufstellen. Zum Beispiel wenn ich einen Unfall habe, kann ich die aufs Autodach stellen und sie vor sich hin blinken lassen oder ja leuchten lassen. Zusätzlich hat die ein fluoreszierendes Gehäuse, das selbst leuchtet, wenn sie mal runterfällt im Dunkeln, sodass ich die Taschenlampe leicht finde. Aber ich denke eben auch, dass man gerade, wenn man jetzt hier zum Beispiel in einem Maschinengehäuse arbeitet, kann man das eben mit dem Magneten hier schön irgendwo hinhängen und man kann dann da an der Motorhaube zum Beispiel diese Lampe festmachen und das, obwohl sie sehr, sehr kompakt ist. Also ein sehr, ja, praktisches Teilchen, kann man schon sagen, diese Lampe. Wie gesagt, eine Taschenlampe, dass man irgendwo reingeht. Dann gibt es aber auch gerade beim, ja, bei Maschinengehäusen, wenn man da irgendwo mit der Taschenlampe leuchtet und irgendwo, was weiß ich, ein kleines Schräubchen sucht und so weiter. Immer Situationen, wo man da mit der Taschenlampe sich immer selbst einen Schatten wirft. Dafür gibt es diese Inspektionsleuchten zum Beispiel. Die werden bei uns von unseren Instrumentenbauern zum Beispiel sehr gerne gekauft zum Inspezieren von, ja, Rissen in der Schalldecke von Violinen, Harfen, Cello und so weiter, weil man eben mit diesem langen, dünnen Schaft hier in die Hohlräume eindringen kann und entsprechend dann dort das Licht hier, das sind gerade mal fünf Millimeter Durchmesser, diese LED hier vorne, kann man dann wirklich dort das Licht hinbringen, wo man entsprechend gerade leuchten möchte. Machen wir hier als Beispiel, kommt man eben hier auch dazwischen, kann sich das ja als Hohlraum dann vorstellen, den man eben ausleuchten möchte hier und kann das Licht dann wirklich dort hinbringen, wo man, ja, noch mit einer anderen Taschenlampe, selbst wenn es so einer kleinen eben, sich immer selbst Schatten macht. Das sind sogenannte Inspektionsleuchten, also diese Band-A-Light, die sind eben dafür gedacht, dann wirklich das Licht dort reinzubringen in Hohlräume. Eine ganz praktische Sache. Und dann gibt es natürlich auch die Situation, jetzt gerade, ich habe es eben schon gesagt, man muss was reparieren am Auto oder in der Küche über Kopf was anschließen und so weiter. Und da ist es dann natürlich praktisch, wenn man die Hände auch frei hat. Man kann es natürlich mit so einem Magneten irgendwie festmachen, funktioniert aber zum Beispiel bei Holzmöbeln ein bisschen schwieriger. Und da hat sich, hat mein Bruder mir mal einen Tipp gegeben, dass er zum Beispiel seine Motorräder, der ist großer und die müssen relativ schnell mal was reparieren, immer mit einer Stirnlampe repariert, um dann die Details noch erkennen zu können. Habe ich hier eine besondere Stirnlampe mitgebracht, auch von Speras. Und zwar diese hier, die hat mehrere Besonderheiten. Also ich kann sie mal anmachen. Und ihr seht, die hat hier vorne dieses LED-Band, also dieses integrierte LED-Band. Das lässt sich auch in zwei Lichtstärken ausrichten. Ich mache jetzt mal die ein bisschen angenehmere Lichtstärke. Das ist sehr schön, wenn man zum Beispiel dieses bei allgemeinen Tätigkeiten, im Freien, zum Beispiel bei Outdoor-Tätigkeiten, braucht man nicht immer unbedingt dieses Punktlicht, sondern man braucht einfach nur ein bisschen mehr Licht, um was zu sehen. Oder beim Joggen, wenn man abends noch jetzt gerade im Winter draußen joggen möchte, dann wird man so ein bisschen gesehen wird, eben dieses Licht. Es hat auch hier hinten noch eine Lampe an diesem Gehäuse dran hier, dass man da eben dann auch von hinten gesehen wird. Und dieser hat diesen Strahler hier. Und dieser Strahler ist eben jetzt hier seitlich angebracht. Dadurch habe ich weniger Gewicht auf der Stirn. Das ist schon mal recht angenehm. Und es wird auch nicht so leicht geblendet. Manchmal kennt man das ja, wenn diese Lampen hier vorne sitzen, dass man sich dann sehr schnell irgendwie so einen Lichtschein auf der Nase hat und sich blendet. Das ist eben durch diese seitliche Anordnung hier nicht gegeben, sondern man hat es eben ein bisschen nach hinten versetzt. Dann ist dieses Blenden schon mal ausgeschlossen. Und sie hat einen zuschaltbaren Sensor. Den kann ich auch hier auswählen. Und über diesen Sensor kann ich dann die Taschenlampe berührungslos oder die Stirnleuchte berührungslos schalten, ein- und ausschalten. Und das ist zum Beispiel praktisch, wenn ich jetzt gerade wie im Beispiel vorhin gesagt habe, ich habe ölverschmierte Hände, habe die Arbeit am Motorrad abgeschlossen. Ansonsten reicht das Licht. Dann will ich natürlich nicht mit den verschmierten Händen dann an die Lampe greifen oder beim Aufbrechen von Wild oder was auch immer. Oder mit dicken Handschuhen zum Beispiel wird es schwierig, so einen Schalter zu bedienen. Und das kann ich eben durch diesen Bewegungssensor hier neben wunderbar machen. Also da ist diese Spread-A-Light wirklich sehr, sehr praktisch. Und man kann die eben mit freien Händen dann damit auch wunderbar arbeiten. Also drei Möglichkeiten, das Licht wirklich dann ins Dunkel zu bringen. Das waren jetzt einige Informationen zum Thema Beleuchtung in der Werkstatt, Licht am Arbeitsplatz. Angefangen von wie hell soll es sein? Welche Farbtemperatur soll das Licht haben? Wie leuchte ich den Arbeitsplatz bei sehr präzisen Arbeiten aus? Beziehungsweise wie bringe ich Licht ins Dunkle in speziellen Situationen? Also sehr viele Informationen rund um das Thema Licht am Arbeitsplatz. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst uns ein Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert den Diktum-YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Wir fassen diese ganzen Informationen natürlich auch wieder in unserem Werkzeugwissen-Blog zusammen. Da könnt ihr das dann nachlesen. Da findet ihr dann auch die Links zu den vorgestellten Produkten, also zu den verschiedenen Lampen, Leuchtlupen, Präzisions-LED-Oblick und so weiter. Könnt ihr dann auch die Produkte dort finden. Dann wünsche ich euch viele erhellende Momente in eurer Werkstatt und wir sehen uns auch das nächste Mal gut ausgeleuchtet bei Diktum.